Willkommen zurück bei Hearthstone Heroes of Warcraft, zusammen mit mir, Windtalker. Wir werden jetzt weiterspielen mit der Magierin, oder unserer Magierin. Wir werden weiter gewertete Spiele machen. Wir haben ein paar Quests zu erfüllen. Die zeige ich euch schnell. Questlog hier. Wir müssen eine Klasse bis auf Stufe 10 bringen, dann gibt es ein Cuttenpack. Wir müssen 40 Diener vernichten von unseren Gegnern. Dann gibt es 40 Gold und den gegnerischen Helden 100 Schaden zufügen. Dann gibt es auch noch mal was. So, ja, und das machen wir jetzt auch. Wir spielen mit unserem Magier gewertet. Mal gucken, ob wir wieder, so wie beim letzten Mal im letzten Part, jemand kriegen, der vier Stufen höher gewertet ist wie wir. Das wäre ja richtig toll. Ja, ich habe mir Mana-Wasser reingekaut, dass da auch gar nichts passieren kann. Wie gefallen euch denn bisher die Folgen von Hearthstone, die ich rausgebracht habe? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare, dass ich mich auch daran orientieren kann, ganz einfach. Was ihr anders machen würdet, was ihr genauso macht. Wo ihr vielleicht sogar solltet, ey, das hast du gut gemacht, das hat mir geholfen. Oh, wir spielen gegen jemanden, der genauso gewertet ist wie wir, der Mitsu, 1988, unsere Stadthand. Wir sind also diesmal als Zweiter dran. Wir haben ein Spiegelbild, gerade zum Ziehen verwandt. Ja, gefällt mir. Ich bestätige. Und wir kriegen den Mana-Kristall. Ach, wir grüßen jetzt. Hallo. Ja, dann mach mal. Mitsu. Spiegelbild. Ja, das hätte ich jetzt auch gemacht, weil die habe ich auch die Karte. Schlimm. Hm. Ich habe ihr nicht gerade. Wir spielen die Karte aus, nehmen ihn raus und nehmen die da weg. Dann gucken wir mal, was du magst, Mitsu. Was ihr wollt? Noch ein Spotter dazu. Schön. Tadadadadu. Wude, Doktor. Ah. Tadadadadu. Ah, okay. Ich sehe da zwei Angriff, das heißt, er würde mich plätten. Das wollen wir aber nicht. So. Ein Mörlokräuber. Und noch ein Anstürmer. Ja, mit dem musst du. Aha, okay. Er macht auch die Tour. Okay, mit dem Anstürmer ist er wohl. Naja, ich sag nichts. Okay. Wir ziehen Karten. Das brauchen wir nicht. Das bringt uns auch nichts. Ja, er kann jetzt hier rüber rüber. Oh mein Gott. Gucken wir mal, was er macht. Nur ich und Herr Weißerchen. Okay, er geht auf Massen. Na klar, greift er mich jetzt direkt mein... Ne, oh, okay. Schlachtzugsleiter. Vier Punkte. Okay. Okay. ok 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 aber der weiß oben was er macht der weiß was er tut er greift mich an ok schön Feuerball hier habe ich nur noch eins übrig ja gut die machen nicht viel Schaden die Jungs da ok aber wenig, wenig Karten der Frostwolf Clan ist bereit ok aber kann das nächste Runde der wird geschiebt muss ihn jetzt, muss er machen ah, oh ja, oh ja sehr, sehr gut so die hat drei lebt, der hat drei Angriff weg damit schnell und stark zuschlagen gut jetzt gucken wir wo es als nächstes kommt für den König anstürmen ok kann ich mit leben was machst du jetzt? jetzt schießt er auf mich mehr auf ihn, ok kommt dann weg komisch oh schön du nicht nehmen Kerze ok wir ziehen da Karten wir gucken wo es kommt zwei Schaden und die Anstammkarte ähm, die könnte ich gegenseitig auflösen das war's jetzt hätte ich 14 Schaden hier können sie beide raus haben eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr das ist ok äh, jetzt schießt er nochmal auf nicht? ok Wasserelemente hm, sechs Schaden zusammen ok da 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 sieben Schaden und sie macht fünf im Ansturm das müsste reichen wenn er keinen Spotter bringen kann das Dingo haha, Mist shit ok 9 zu 6 da hat einen Spotter draußen äh reichen eine Ansturmkarte und 3 6 9 6 9 8 9 10 10 ok kann mir nur drei schaden machen 34 was er denn noch das habe ich gewonnen das war eine abnutzungsschlacht oder so eine zerstörung jawohl doch geht ihm dann in drei leben ein gut gespielt das war eine heiße schlacht irgendwo oder und wir sind aufgestiegen auf lebra genommen wir sind lebra genommen jawohl wir haben zehn gold gewonnen 30 mit ihr erzielt wir haben die stufe acht erreicht okay wenn ich jetzt wollte vor kraft anfangen wieder mal so wie früher daran bekomme ich einen pegasus als breit hier schön und ich habe das wasser element bekommen und den hatte mit zuschauen okay das heißt er hat wohl schon etwas länger gespielt wie ich mit diesem charakter ok ok jetzt gehen wir zurück so der marke hat das zum wasser elementar bekommen stufe vier vorher bei verwandlung der oge der schild meister der verteidiger von armen sie aber so hin daraus nehmen wir noch koppeln wächte die nacht klinge raketen der champion von stürmbind markier von dahl also wir nehmen einmal den markier hier raus und nehmen einen oder für dich probieren es mal ok dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten partie wieder wenn wir weiter versuchen unsere quest zu lösen die wir ja immer noch offen haben ich freue mich schon drauf wir machen weiter gewertete spiele wir wollen an die 150 gold dann kommen um dann auch in die arena zu gehen zusammen okay dann bis zum nächsten mal danke fürs zuschauen bis bald tschau tschau